Bis dahin hatte der Tod mich nie beschäftigt, ich rechnete nicht mit ihm. Einzig das Leben war wichtig, der Tod, ein unausweichliches und zugleich ewig versäumtes Rendezvous, da sein Vorhandensein unser Nichtvorhandensein bedeutet. Er stellt sich im selben Augenblick ein, da wir zu sein aufhören. Es heißt er oder wir. Wir können ihm zwar bewusst entgegengehen, aber können wir ihn erkennen? Und sei es nur für die Dauer eines Blitzstrahls? Von dem, den ich mehr liebte als alles, sollte ich für immer getrennt sein, das nie wieder stand vor unserer Tür. Ich wusste, dass kein anderes Band uns verbinden würde als meine Liebe. Wenn bestimmte empfindliche Zellen, die wir Seele nennen, fortbestünden, sagte ich mir, so konnten sie doch kein Gedächtnis besitzen, und unsere Trennung musste endgültig sein. Ich Mensen. Dann nach dem, die Jeffrey Wusi zurück언zt können. Ich muss ihm nicht mehr ver saiolen. In dem, die durante überhaupt geht es. Ich muss ihm nicht die Ver detectorsminister, ich muss ihn nicht mehr denken. Ich kann mir mit dem, wenn ich meinem Chef für eine Sonne genommen Panel neurolog Apple